Dodo 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 das war unsere Weile sehr geile Titelmelodie wir sind Team JVT wir spielen Battlefield 4 ich bin auf dem Weg aber wie hättest du mit der G18 schneller? ne ne? ich weiß nur was du bei Farquay wenn du N drückst schneller rennst N? warum? N? weil das Waffe wegstecken ist ah echt das geht so in Farquay? hab ich auch durch Zufall nur gecheckt weil ich dachte irgendwo muss man sich da hinlegen können ich probiere mal für alle Knöpfe aus oh du hast schon ein bisschen spaßig da gerade ach komm Alter wenn der Wixler nicht runter dann fallen wir first über mir gewesen er ist einfach mal runter gesprungen aber C den willst du denn? nö aber ich geb ne wunderschöne Leiche an verstehe ich ach komm schon kann ich auch irgendwo spawnen bitte? warum campen die da hinten rum? was wär denn? unsere fellow friends? welche Affe hat mich denn jetzt schon wieder gewöhnt? keine Ahnung Affen er zieht die ganze Zeit auf mich in der Red Swing jetzt muss ich doch wohl zu lange warten ich komm nicht mehr ab mit dem zu schnell bei euch tot der AWS ja die ist geil ich weiß es ja 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 die haben da alles ne? Spawn Beaten, Decoy, äh Prostata Krebs warum ist die gerade gecaptured worden? hinter uns hinter uns hinter uns hinter uns ich weiß nicht wo du da auch bist aber nicht ich bin hinter euch ne ich wurde gerade getötet hinter mir also dass du nicht hinter mir gewesen bist ja nicht da hinter euch wo es sich hätte gelohnt ja ich weiß halt nicht wo du bist deswegen sag ich das lieber an bevor ich es da nicht anfange ja du hast recht das ist interessant kann ja von dir nicht das verlangen was ich selber nicht tue ja doch das geht immer ganz gut ja gut das ist richtig gehen tu es immer aber das Problem ist kann man die Band aufklanken und die Typen hinter uns versiegen? meine Fresse lass mal außen lang oder so auf C gehen ja besser ist es ähm es ist jetzt frage ob ich nicht ich nehme glaube ich einen äh ich nehme einen Sturmsolder äh den Dings da den ne gut dass wir drüber sprechen was schotterst du da vor dich hin? ja das wüsste ich auch gern ach komm ich wollte eigentlich nur sagen ich nehme einen anderen äh Krieger einen Sani alter was ist falsch hier wir haben B aber dafür haben wir 10 ich weiß nicht und äh D verloren natürlich ja ich verdiene auch alle mhm stehen aber auch alle auf äh alle auf B ach komm schon wusste er denn der wusste es kann ich sein der ist direkt vor mir runtergesprungen ich spawne und der schießt direkt auf mich alter und dann hast du dich selbst genugt ja die sei als Winke flogen wo immer die drinnen abgeprallt ist ich weiß nicht ich wollte noch weglaufen unter Beschuss aber halt ja hast du dir gedacht Fräulein ja das ist gut ja ja nicht nur einer da kommt alles ja die sind überall zu 10 und ich weiß nicht wie die das machen so viele gibt's doch eigentlich von denen da sind 23 Leute die über die teilen sich bei 5 Punkten auf 10 Euro ist auch egal ich glaube einfach unser Team spielt bei denen mit naja alter mit einem HP man das ist ein Witz ich hab noch keinen Kill ich hab zwei aber irgendwie wie ich geh mal ganz außen rum aber da wird wahrscheinlich auch wieder irgendein Wichser campen ja jetzt hier bei A vielleicht nicht ich trau denen leider ganz viel zu das ist das blöde aber wir können C so nicht wir können C jetzt einnehmen wenn wir bekommen na wie kann eigentlich ein wie kann eigentlich zwei mal ein C in Mercury passen tja ich weiß nicht ob ich da raus bin ich vermute nicht ich hab sie gesehen als sie explodiert bin oh wie ohne Witz man kann sie übrigens aufladen ne dann weggst du dich nicht ja ich bin total verpeilt meine Intention war gerade einfach nur schnell sein und Schießführer drauf? Ist da einer drin? ne ich glaube unten ist das einfach ein zu nehmen und oben ist keiner ob du ach so ja weil ich hätte jetzt tatsächlich ich wäre jetzt eigentlich reingegangen und jetzt eingenommen ja bleib doch noch von weg am besten bevor uns einer bemerkt das wäre ganz klar da ist einer ich spotte ich kann ihn nicht spotten ja ich sehe ihn aber bricht ein haben wir auf ihn geschossen der lebt noch siehst du ihn? ja er kommt gerade rein er ist die Treppe rauf hat eine Naina ihn geworfen hast du ihn? ich hab ihn was? mach mal ein Mädchen mein Naina ihn hat 60 Schaden gegeben auch wo die unter mir lag so aber die werden jetzt alle hier runter spawnen ne die spawnen hier weiter ich laufe schon mit deiner Claimor ein ich hab sie gesehen und bin tot ey ich hasse es grad ich versuche mal zu dir ich kann ich gar nicht mehr retten doch kann ich wohl echt immer nur? ja ja nein gehts nicht mehr egal wir haben eh nix also egal wie wir es machen machen wir es eh falsch da kommen noch ein paar wa? wir haben die Kontrolle und Übereinsatz ich für meinen Teilhörse wohl ja der ist vor mir er hat aber nicht mehr viel ne 35 HP da kommt aber noch ein zweiter ein dritter und ein vierter unser Team schafft es nicht 2.8 Alter ich kriege ja keine Kids kriege ich nicht wenn nur einer mit ner C gekommen wäre ne oder 2,3 Mann wir waren so alleine auf C ja wir hätten es geschafft wir hätten das locker eingenommen jesus stole my swag allein für den Namen müsste er eigentlich eh ordentlich fressen los Krieg äh hast du ihn? ja aber dann sind wahrscheinlich noch mehr komm jetzt nimm doch scheiß alter du hast gerade auf den Medikit geschossen das ist schon explodiert ich will doch nur nen Kill mit dem Ding machen mit dem Medikit? ja mit dem Defi mit dem Defi weil dann kann ich weil äh den Dings-Kill kriege ich ja hoffentlich noch hin du musst nen ähm ja ich weiß äh was musst du denn machen? du musst nen Pistolen-Kill machen nen äh nen Efti-Kill nen Launch-Kill und was für ein Launch-Kill was für ein Launch-Kill Garnat äh Garnatwerfer macht Sinn bei der Launch-Kill nicht ja hier der genau ich weiß was ich meine ich seh ihn nicht jetzt seh ihn gibt dem Handy die Hucke Hör von mir auch nur gemeckert gerade ich bin echt nicht im Spiel das ist voll schön hast du es nicht im Spiel alter ich hab aber auch keinen Nate Launcher was mach ich denn jetzt? doch ich hab aber ich hab alle bis auf den du brauchst doch nur den M32 was ist denn GL? äh Grenat Launcher ist die Abkürzung du brauchst doch nur den äh aber wo ist denn der Unterschied zwischen den M32 wo ist denn der Unterschied zwischen den HE halt doch mal die Fresse wo ist denn der Unterschied zwischen HE und 3 GL? der GL verschießt 3 kleine Granaten keine Ahnung ein HE ist High Explosive oh was ist das LV? Zeitzünder ah ah Blendgranaten Pfeil ich mach erstmal den Defi-Kill dann kann man drüber reden haha ok da hast du natürlich auch recht ich kann sein nur von hinten machen den Glück hast du da mussten voll aufladen sonst dürfte nicht muss den voll aufladen muss ich sogar zweimal dürfen damit ich hab keine Ahnung ich meine die müssen nur voll aufladen also zu Not alles anschließen ja oh ich bin voll ja das wissen keine Ahnung das ist ein also du schonst die ah steh doch mal kurz wieder auf ne will ich nicht sorry die zielen dreimal auf mich Digga da muss ich ablehnen du hättest es glaube ich überlebt weil ne glaube ich nicht ich hab gerade 2 von 3 geholt scheiße Digga die stehen ja immer noch die die mich getötet haben ich sagst die wenden alles alles so ne ne ich weiß das Problem ist ich wäre aufgestanden wenn ich gewusst hätte ob der aufsteht automatisch oder nicht ich war mir grad nicht sicher ob der liegt ich meine der steht tatsächlich automatisch auf von außen kommen welche ne kann ich den schätzen schieß doch mal mit drauf ja kannst du aber natürlich hab ich keine Emotionen der kommt rein ach fuck ich hab alle aber zu spät halt gegenüber im Raum steht auch noch einer aber ich weiß nicht ob es in unserer ist scheinbar nicht ok überall im Raum da kommen wir nicht hin wo wir machen aber eine Eröffnung in den Raum wa nein da kommen zu viele Runden ich betone ja ich ja da waren 4 Leute oder 5 aber ich hab da glaube ich 6 Mann getötet oder so von daher ist das ok genau für mich ja ja ich hab 4 Mann oder so was du oh man ich steh schon wieder richtig beschissen da lass mal kurz auf E gehen den Punkt halten ja das ist ja kurz auf E gehen wo willst du sonst hingehen oben lass mal kurz auf E gehen ich geh halt nicht auf E alter die USAS mit der FLIR ne die USAS 12 das ist ja wohl richtig rotz Junge nach schieß doch nicht auf den Mann scheiß Team-Made Tee der hat mich nicht gemerkt ich war hinter dem ich vergesse das immer mit dem äh das war's nicht nur hinter mir was hast du den ich seh nicht wo der ist das ist scheiße weil dann kann der eh immer wieder einen der 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 7 not bad ich wäre was wo leider nicht du wenn du 237 stehen würdest der wäre geil aber äh unten drin ist da oben auch und da du weißt du wenn du meine Reiche siehst da ist einer in dem Nebenraum ja er kennt immer noch da oben waren zwei unten war einer was ist denn die QBB95 ist das eine das ist ein anderes eine andere Version der Typ 95 ja das ist das die MG Variante mit schweren Lauf und äh ach das ist die geile aus der Kampagne die mag schon wieder ja die ich nicht mag genau dann geh doch einfach da rüber Mensch da kommt der Erste der ist tot natürlich treff ich den natürlich nicht da war nur einer war doch zu da kommt einer ich hab angeschossen aber ich kann nicht da rüber ich meine ja das nervt mich auch nicht du bist unten ich bin oben ich bin über dir äh bei dir auf deiner Ebene ich weiß im anderen Teil des Gebäudes nee du warst vor mir ich hab deine Neilsäule gesehen ach so nee ich bin da gar nicht tot gewesen nicht nein ich stand in der letzten Zeit bis jetzt klar da hab ich mich vollends verguckt entschuldigung da ist ein Scharfschützer ein semi-automatischer naja den meinte ich ja der war nicht mehr gespottet ich bin an die Ecke gegangen wo ich zuletzt gespottet war und dann naja war ja schneller Fick dich ey die sind überall wie kann das sein die sind nur einmal mehr ja weil unser Team nichts geschissen kriegt ey das sehe ich auch so aber wir sind nur einmal weniger ich geh zum Pressen Feuer haben wir ihn einmal getroffen ich gar nicht komm weg da komm weg da der lebt noch pass auf komm da raus ja ja ich bin tot das sag ich dir gerade ach so Leute das bist du ich hab zweimal geradzt das war es nicht so so ich hab gedacht das wirst du nicht das ist so ungewöhnlich dass wir immer so viel im Spot haben deswegen äh lass die doch mal ein bisschen von außen weißt du na ach ich hab mich gerade geheilt du Wichser da ich steh da aber echt mieser der 162 komm ich an dich ran oder ne halt ich nicht ist totbefeuchter das ist ein Witz eigentlich der kommt gerade vier, fünf Mann die Sepp runter Vorsicht das hat für überhaupt keinen geholfen cool das ist doch voll ja ich werd dann von den von beiden Seiten ja ich hab auch nichts geschissen gerichtet das ist ja ey das tut weh das tut körperlich und seelisch tut das weh aber das ist ja auch unser Team hat keinen einzigen Punkt außer B B wird gecaptured äh bei B sind gerade ein paar Idioten ne wird nicht gecaptured äh von Arkham schon die ersten gerade wieder also siehst du da das ist auf C eigentlich du hast leicht reden ich sterb hier schon achte noch ne was das auch noch weißt du he he ich hör den Flame ich hab nur unser Team beleidigt weil die steh ich renne da rein hinter dir ne irgendwo ach ne ich bin noch gar nicht gestorben aber jetzt auch dumme Idee mach ich nicht mehr was reinrennen? versteh ich das ist immer ne dumme Idee hast du? ja hast du die nein wo kommt der denn her? ich hab keine Angst wo sie raus sind nein da schießt doch einer auf uns ja wo und wo links ja den hab ich nicht mal gesessen der draußen 3 4 5 gleich alle einfach ganze Team steht da und unsere Teams unser Team kriegt's nicht in den Punkt einzunehmen wollt ihr mich natzen? ja das Team ist der nicht ich glaube ich bin drin dran mit der Aufnahme oder was? ja auch stimmt alles klar dann liebe Leute ihr seht die nächste Folge bei Jimmy bis dahin jetzt hast du das wohl nicht aus das 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 das